Geschätzte Vertreterinnen und Vertreter der Stromwirtschaft, in Zeiten wie diesen überhört man sie rasch, aber es gibt sie, die guten Nachrichten. Die globalen Investitionen in erneuerbaren Strom erreichten im letzten Jahr erneut einen Rekordwert. Der Ausbau der Photovoltaik in der Schweiz boomt. 2020 war ein Rekordjahr und das haben wir im 2021 wahrscheinlich noch übertroffen. Beim Zubau pro Kopf zählt die Schweiz mittlerweile zu den führenden Ländern in Europa. Und auch Gebäudesanierungen und der Heizungsersatz sind im Trend. 2020 war ein Rekordjahr für das Gebäudeprogramm. Diese Entwicklungen sind alle erfreulich. Und dennoch bleibt viel zu tun. Ganz oben steht die Versorgungssicherheit. Hier müssen wir der Bevölkerung aufzeigen, woher in Zukunft der Strom kommt. Ein wichtiger Schritt ist die Vorlage des Bundesrates zur Stärkung der Versorgungssicherheit mit erneuerbaren Energien, der Mantelerlass. Mit den Pflichtlagern und dem Versorgungssicherheitszuschlag hat es dort zwei zentrale Elemente drin. Das Gesetz liegt seit einem halben Jahr vor. Jetzt zähle ich darauf, dass das Parlament vorwärts macht. Bund, Kantone, Naturschutzverbände und Strombranche haben schon eine wichtige Vorleistung erbracht. Die Teilnehmer am runden Tisch Wasserkraft haben sich auf eine Liste mit den 15 meistversprechenden Speicherprojekten geeinigt. Sie belegt, wir können zwei Terawattstunden Speicherwasserkraft bis 2040 zubauen, Strom, den wir brauchen, und zwar gerade im Winter. Deshalb sollte das Parlament jetzt die Mittel für diese Projekte rasch beschliessen. Ebenfalls zentral ist die Netzstabilität. Dafür braucht es auch die Zusammenarbeit mit Europa. Mit dem Nein zum Rahmenabkommen mit der EU sind die Dinge sicher nicht einfacher geworden, auf politischer und auf technischer Ebene. Alle Akteure sind aber an der Arbeit. Die Swissgrid hat letzte Woche die Verhandlungen für die Südgrenze erfolgreich abschliessen können. Das stärkt die Netzsicherheit. Und die Schweiz hat im Dezember zusammen mit sechs EU-Ländern, darunter auch unsere Nachbarstaaten, eine gemeinsame Erklärung zur Vorsorge von Stromkrisen unterzeichnet. Wir wollen eng zusammenarbeiten und uns gegenseitig unterstützen, ohne jemanden auszuschliessen. Ein drittes Problem ist Ihnen bekannt. Es sind die langen Verfahren für den Bau von neuen Anlagen. Auch da sind wir dran. Ich lege dem Bundesrat schon bald eine Vorlage vor, mit der wir die Bewilligungsverfahren für grosse Wasserkraft- und Windanlagen beschleunigen. Sie sehen, vieles läuft. Und dort, wo es Verbesserungen braucht, arbeiten wir an den Lösungen. Sicher ist, vorwärts geht es nur gemeinsam. Ich zähle darum auf Ihre Unterstützung, sei es beim Mantelerlass, bei der Beschleunigungsvorlage oder bei der Netzstabilität. Und umgekehrt wissen Sie, dass wir Sie in Ihren Bemühungen für eine sichere Stromversorgung in der Schweiz unterstützen. Sicherheit kostet. Das ist im Energiebereich nicht anders als sonst wo. Im Energiebereich ist das Geld aber gut investiert. Heute sind wir sehr stark vom Ausland abhängig. Das können wir ändern. Dafür braucht es jetzt aber kräftige Investitionen im Strombereich. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Arbeit, für Ihren enormen Einsatz. Die Schweiz hängt ganz wörtlich an Ihnen und an Ihrem Netz.